Ich hab mir das nicht ausgedacht. Die sind echt. Okay. Wer hat ein Schließfach bei einer Bank voll mit... ...mit Geld, sechs Reisepässen und ner Waffe? Wer hat eine Kontonummer in der Hüfte? Ich komme hier rein und als erstes versuche ich mir einen Überblick zu verschaffen, um zu sehen, wo der Notausgang ist. Ich sehe das Ausgangsschild auch und ich mache mir keine Sorgen. Ich meine, sie wurden angeschossen. Man verhält sich merkwürdig und tut erstaunliche Dinge, wenn man Angst hat. Ich kann Ihnen die Nummernschilder aller sechs Autos da draußen aufzählen. Ich kann Ihnen sagen, dass unsere Kellnerin Linkshänderin ist und dass der Mann an der Theke 98 Kilo wiegt und sich zu verteidigen weiß. Ich weiß, dass ich eine Waffe als erstes unter dem Fahrersitz des grauen Lasters suchen würde. Und in dieser Höhenlage kann ich eine halbe Meile rennen, bevor meine Hände anfangen zu zittern. Also warum weiß ich das? Wie kann ich das wissen und nicht wissen, wer ich bin? Wie kann ich das wissen? Wie kann ich das? Ich finde der mit wegen des Filmin für die Verlangen sind. Ich werde mit einem iştem súperzustand in die Türkommen보ote zusammenkennen. Ich mache mich nicht so.